Willkommen zu einer neuen Runde BW auf meinem absoluten Lieblingsserver Team Kyudo. Natürlich. Wenn ich sage, lass mal noch was aufnehmen. Denkst du, ich stelle das nicht auf? Mein Lieblingsmitspieler Tim Schnitzel am Start. Guten Morgen. Du hast tatsächlich bei mir den Nick Tim Schnitzel bekommen. Was? Nicht nur Ulrike Bethmann? Äh, Ulrike Bethmann hat nur dein Mann. Ja, da war was. Aaaaaaah! Jetzt mal ganz kurz, weil ich weiß, dass es zumindest ein, zwei Leute im Server Team gibt, die meine Videos dann und wann mal schauen. Falls ihr das schaut, wie soll ich aufnehmen, wenn ihr meinen Aufnahmepartner straight-up wegbandt? Finde ich auch sehr unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Wobei, das werde ich jetzt rausschneiden. Digga, ist irgendwie nicht mein Tag, ne? Trader ist nice. Meine FPS finde ich in Shader auch extrem nice. Und ich habe schon einen Drop Frame wegen Render-Delays. Ich glaube, der wird dich töten. Hallo, wir boosten meine Stats. Was machst du hier? Hallo, was wird das? Wir boosten meine Stats. Wir boosten meine Stats, das war der Deal. Ja, natürlich. Wie kannst du so schnell mein Bett abbauen? Ganz ehrlich, diese Emojis, die diese verschießene Jobs machen, tilten einfach rein. Ja, absolut. Macht einfach diese scheiß Emotes aus. Dankeschön. Also in den Lobbys könnt ihr sie gerne drinnen lassen, das sieht vielleicht ganz okay aus. Aber in Runden fuckt das einfach so krass ab. Ja, da haben sie recht. Ich habe durchaus erwartet, dass ich schon für Stats-Boosting gebannt bin auf dem Server. Schade. Aber ich habe dein Bett. Das gibt einen Hegee, das gibt eine Runde, wo du präsentierst, von Christos Hartz. Das gibt einen Geblitzgebannt. Ah, scheiß drauf, wir machen noch eine Runde Stats-Boosting. Ruhig kleiner. Wer von uns ist hier der Kleine? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin größer als du. Darf ich anmerken, wie geil das mit Shader aussieht? Ja, das sieht halt geil aus. Ähm, so. Haben die hier eigentlich noch andere Laps als Tierdress? Ich habe das Gefühl irgendwie nicht. Er wollte bis, Paul wollte bis zu seinem 18. 100.000 Abos auf meinem Kanal sehen. Wobei, da hätte ich nichts gegen. Also Leute, macht mal die 100.000 voll? Äh, Führerschein. Jetzt bin ich etwas lauter. So, ich bin... Das war eine Frage und die ist absolut irre. Ich möchte anmerken, dass wenn ich mein Mikro so laut habe, dass man halt einfach meine Illustratur wahrscheinlich lauter hat als uns beide zusammen. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Man kann sich unterhalten, aber man hört noch nichts davon. Ja, man muss halt Kleofilitäten setzen. Ich auch so. Ich zu deutsch-schänderhaft bin, hallo. Ich weiß, aber ich lass dich nicht First Rush durchtrennen. Ja, Digga, ich habe aber nur noch 1,3 Terabyte. Was denkst du, wie lange wir hier aufnehmen können? Ja, schon so noch 1, 2 Jahrhundert. Nee, können wir nicht, weil Windows Maximum für Dateien sind glaube ich 18 Terabyte oder sowas. Nein, langweilig. Ich was? Ja, ich bin runtergelaufen. Ja, da haben sie recht. Das habe ich jetzt nicht gemerkt. Kannst du das nochmal erklären? Guten Morgen. Weil ich glaube, dass es viele Leute gibt, die meine CSGO-Videos nicht schauen, aber meine Minecraft-Videos schauen, werde ich jetzt mal das gleiche sagen, was ich eben schon im CSGO-Video gesagt habe. Macht ein Foto davon, wie ihr das Video hier schaut. Taggt mich. Macht davon ein Foto. Esst dabei im Medialfall ein Eis. Esst dabei ein Eis. Macht davon ein Foto, wie ihr ein Eis essen und das Video schaut. Taggt mich in der Story. Also folgt mir auf Instagram und diesem Zeugs, da könnt ihr mich dann taggen. Macht das als Story, taggt mich da drin und dann ist die Welt in Ordnung. Wäre ehrenhaft, würde ich mich freuen. Ihr müsst nicht zwangsweise ein Eis essen. Aber ein Eis macht alles besser. Also echt alles. Digga, warum? Bro, was machst du gerade? Ich bin... Wie tattet? Richtig. Einmal kannst du noch sterben. Beziehungsweise einmal wirst du noch sterben. Sicher? Jo. Geht's dir so. Gut, dann Leute. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir unbedingt auf meinem Twitter, Insta und so und stuff. Wenn ihr mehr Videos mit Tim sehen wollt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wenn nicht, dann nicht. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Guten Morgen. Hört mal vielleicht auf Tim zu bannen, das wäre mir die Aufnahmen erleichtern. Wenn nicht, dann nicht. Ne, ich schneid da jetzt ein Wenn nicht, dann nicht hinter. Und dann Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Bis dahin. Ciao. Guten Morgen. Hört mal, ja. Servus hier. Tu Arabe.